hallo meine lieben ich habe mich entschlossen statt die einzelnen charts ins forum zu stellen kleines video zu machen um anhaltspunkte auf der schnellen art zu haben ja corona dreht sich ja weiterhin umher und merkte angeschlagen da mal ein bisschen panik dann mal kurze beruhigung ja im moment überschlagen sich so die ereignisse zum wochenende mit grenzschließungen et cetera italien weiterhin unter starkem beschuss also durch den corona was den menschen betrifft also keine gute mengenlage aus markt technischer sicht und deswegen in kurzform die levels mal genannt wo am besten drüber bleiben sollte um doch noch eventuell einen kleinen boden zu bilden beruhigungen im markt zu bekommen oder das ganze schlägt doch ja immer mehr nach unten durch da muss man auf alles bereit sein im moment und dementsprechend aufpassen mit größeren positionen am markt zu agieren aber ich denke das wird er mit sicherheit im griff haben haben wir hier lange darüber diskutiert wenn so was dann eintreffen sollte oder beziehungsweise damit dass man eben rechnen muss in dieser konstellation aber nun wir kommen zu den einzelnen gesichtspunkten aus meiner sicht wir haben ja diese aufwärtsbewegung in verschiedenen trends eingezeichnet im chart und zwar den korrektur trend dieser aufwärtsbewegung den haben wir jetzt natürlich nach unten raus genommen der lag so in etwa bei 10.224 und jetzt sind wir in den mittelfristigen trendkanal rein und der liegt in etwa bei knapp 8523 somit die wochenverlaufstief oder des jahrestief sind wir noch ein paar punkte davon entfernt aber in diesem trendkanal befinden wir uns das würde jetzt aus dieser sicht der dinge natürlich solange unter 12 unter 10.225 können das natürlich unten ausgereizt werden sprich 8512 fallen wir dann unter dem mittelfristigen trend also unter die 8512 per tageschluss oder wochenschlusskurs dann eröffnet sich natürlich das potenzial nach unten richtung den haupt trend langfristig und der lauert so aktuell in den bereichen 5700 sollte man sich einfach mal merken und vorschreiben solange wie gesagt es weitgehend unter 12 unter 10.225 das ganze abläuft darüber hätten wir etwas entspannung und könnten die richtung 11.300 11.400 laufen oder 11.500 zum maximalen erst einmal rebound ob das dann so kommt müssen wir aufpassen und deswegen kommen jetzt mal zu den aktuellen blanko zahlen und die belaufen sich aktuell bei solange wir unter 9.667 uns bewegen es danach unter 9.467 9.32 geht wären anlaufziele bei 9.270 zu vermuten somit also aus dem reglement für montag intraday solange wir aber über 9.270 bleiben hätten wir anspruch auf 10.101 beziehungsweise 10.278 des weiteren kommen kommen wir aus dem intraday vom freitag dann ist es die kombination 9.270 gebahrt mit der unterstützung 9.218 wäre in dem falle eine kreuzunterstützung deswegen die 9.270 9.218 genauer anschauen sollte der markt darüber halten können wäre es die möglichkeit in long einzuswitchen darunter wäre vorsicht angebracht unter 9.218 mit einem ssk stunden schlusskurs oder ein tageschlusskurs sogar darunter wäre es noch noch negativer und es könnten die nächsten unterstützungszonen dann quasi angelaufen werden die im bereich 9.100 zu finden wären und kritisch wäre es ein weiterer schlusskurs unter 89.68 da eröffnet sich dieses potenzial richtung dem jahresdiefs oder dementsprechend richtung 9512 so im groben überblick schauen wir uns das ganze aus der richtlinie des warm ups auf zwei tage dann an um herauszufiltern wie weit kann es im schlimmsten falle in dieser bewegung nach unten gehen und hier hätten wir dann zu verzeichnen geht es dann quasi unter dieser 9.270 über dem wochenverlauf oder auch meinetwegen direkt in eins oder zwei tagen sogar eine 8152 auf der agenda stehen und die nächste unterstützungszone aus diesen bereichen wären dann die 7555 aber wie gesagt aus den kennzahlen heraus momentan bei 8152 und das wäre dann rein theoretisch hier die möglichkeit schluss zu sein um die möglichkeit nach oben uns zu erarbeiten so das nächste wo wir noch mal schnell drauf schauen werden ist die möglichkeit in der bewegung wie sieht sie aus aus der letzten woche heraus haben wir ja die sogenannte 8605 fast erreicht weil man mit 8821 bedient hier wäre natürlich die möglichkeit sollten wir jetzt seit dieser jahresdiefs nicht mehr rausnehmen können und die märkte beruhigen sich etwas würde ich sagen der markt kann bis in den bereich 11 1475 vorstoßen und von da aus das spiel wieder weiter treiben je nachdem gesagt corona einschlägt dauert das virus umso länger sich natürlich hinaus zögert und schlechter ist es und dann wären die nächsten anlaufziele bei 6667 bzw 6359 zu erwarten auch hier muss ich sagen weiter blicken wir nicht denn ich möchte das ganze noch negativer gestalten aber das wären die nächsten möglichen anlaufziele wenn der markt nicht irgendwie beruhigt wird kann man schon sagen und dementsprechend heißt es aufgepasst ja in solchen marktsituationen mit diesen gedanken zu spielen kaufe das tipp könnte sich ziemlich als falsch erweisen im fuß fassen nicht schlecht für strategien der aktienanlagen gut wenn man das geld aussetzen kann wie gesagt wenn man mit geld arbeitet wo jetzt nicht unbedingt die nächsten 1 2 3 4 jahre unbedingt dann gehen muss warum nicht also in 2 3 drogen also beziehungsweise besser 3 drogen das ganze aufteilen und langfristig orientiert wäre es dann eigentlich kein problem aber für gerade für den kurzfristigen bereich oder beziehungsweise wie als intraday trader muss man dann schon aufpassen denn aus meiner sicht ist jetzt momentan eins ersichtlich sollten wir diese 6667 erreichen gehe ich davon aus stark davon aus dass es nicht ende der fahnenstange war das sind verzweigungen beziehungsweise das sind zahndrähte die sich verbinden danach zum beispiel der bereich 6667 bzw 5091 könnte noch einmal zu einer pullback phase führen bevor dann das finale in anführungszeichen tief anherrscht also das fünfte glied am rad und wir wissen dass es da am meisten weh tut auch gerade was bereich aktien angeht da verlieren prozentual die aktien am meisten also bereiche 6667 genau beobachten oder 5091 je nach dynamik die jetzt entstehen kann sollten die aufleuchten noch nicht voll investieren gerade in aktienanleihen aktienanleihen aktienpapiere es wird eine pullback bewegung geben aber muss davon ausgehen dass wir möglicherweise danach richtung 35 59 oder noch tiefer fallen könnten also in diesem sinne bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten update schnell update wenn es um wichtige zahlen geht in diesem umfeld also bis zum nächsten mal ciao